Vater, sieh mal da oben! Sieht aus, als soll hier irgendwas drüberrollen. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können? Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Sitzt fest! Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, meist schon, die da los sind. Ausdruck! 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 Achtung, Feuer! Ausdruck! Ah! Ah! Hm. Das Ding fährt nirgends hin. Da! Mit Magie verschlossen. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht, aber das Mauerwerk? Eindeutig Jettner. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in den Berg geschürft, sondern hier gelegt. Ah! 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 Kannst du das lesen? Ja, Vater! Ah! 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 Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötter. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Ah, habt mich schon gefragt, wer die Drogar im Berg geweckt hat. War ja klar. Womit kann ich dienen, Knirps? Weißt du schon, was du willst? 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 Weißt du willst? Weißt du ... Weißt du ... ... Bino West! Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Was ist das? 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 Das ist der Hauptraum, aber wie kommen wir da durch? Such nach der Zugkette, die es öffnet. Kannst du ihn bewegen? Sieht schwer aus. Was ist das? Ich kann ihn bewegen. Was ist das? Was ist das? Wir sterben. Äh... Ja? 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 Das war es. Es klappt! Und das war's. Der Wagen hängt noch ab. Das sehe ich. Fertig. Dann los! Aha, noch mehr davon. Gut. Vielleicht durch das große Tor da oben? Oh, das geht. Geh! Schau, noch eine Laterne! Kaputt. Lass sie zurück. Woher bin ich so gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Mit dem möchte ich nicht tauschen! Hau! 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 Lüster! Mach los! Mach los! Geschafft! Lüster! Lauter altes Zeug! Wenn wir es nicht brauchen können, ignoriere es. Ich weiß. 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 Zum Rat. Funktioniert! Wir haben die Kralle! Es passt! Das ist perfekt! Hey, warte auf uns! Müste halten! Was geht los? Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl! Nicht der Gipfel, aber näher dran. Hey, die ist nicht kaputt! Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau! Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg.